Inni Video, hör auf meinen Kanal. Heute will ich einfach mal nur die Verlosung zu den 80 Abonnenten preisgeben. Und zwar, für 80 Abonnenten werde ich eine sehr schöne Waffe verlosen. Und zwar, mehr rote Toten, wenn ich weiß. Und zwar, ich werde einfach mal, weil wir endlich die 80 Abos haben, werde ich eine Blitz 82er Gewerrvollstrecker verlosen. Das heißt, schreib unter diesem Video Hashtag Verlosung. Weil, ich finde einfach, ihr seid eine echt geile Community, ihr habt es auch verdient. Das ist der Asienbrug wieder. Auf jeden Fall, Leute, diese 82er Gewerrvollstrecker wird verlost. Ich habe einfach unter diesem Video Hashtag Verlosung und ihr macht da automatisch einen Teil mit. Erst ab 20, die Hashtag Verlosung reingestimmt haben, tue ich sagen, wer der Gewinner der Verlosung ist. Weil, ich mache es nicht mit irgendwie vier, äh, vier, die Hashtag Verlosung geschrieben haben, sodass niemand reinkommt, Alter. Ich weiß, was war ich nicht. So. Auf jeden Fall, schreibt Hashtag Verlosung unten in die Kommis. Man sieht sich im nächsten Video. Haut rein und ciao, Leute.